Musik Das Laborforum in der Augsburger Fußballarena bot die Plattform für eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion. Geht der Trend weiter in Richtung Outsourcing des Krankenhauslabors an private Anbieter? Und welche Konsequenzen hat das für die Labormitarbeiter? Dr. Müller, Vorsitzender des Berufsverbandes der Deutschen Laborärzte, kam in seiner Moderation direkt auf den Punkt. Wird es in zehn Jahren überhaupt noch, und ich glaube, hier sind eigenständige Krankenhauslabore gemeint, wird es die überhaupt noch geben aus Ihrer Einschätzung heraus? Wir haben in Deutschland 2000 und ein bisschen Krankenhäuser noch. Die Aktiva hat mal diese Studie gemacht und geht davon aus, dass in 2015, man davon aus, dass circa 80 Prozent in irgendeiner Weise kooperieren mit niedergelassenen Laborstrukturen. Es gibt Modelle, die sagen, das kleinere Haus bekommt dann eher ein Notfall-Laborkonzept mit Point-of-Care-Diagnostik. Und da schließt sich die Frage an, die uns gestellt worden ist, vernichtet POCT-Diagnostik Laborarbeitsplätze? Herr Keizinger, wie sehen Sie das in Ihrem Umfeld? Also die These ist auf jeden Fall begründet und die Gefahr besteht. Und vor circa zwei Jahren wurde geprüft, ob man die zwei kleinsten Krankenhäuser umstellen kann auf reine Point-of-Care-Diagnostik. Man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht funktioniert. Das heißt, die Prüfungen, die gemacht sind mit den ganzen Themen, die damit reinspielen, mehr Probentransporte, die notwendig sind, höhere Frequenz. Point-of-Care ist teurer als die Diagnostik, die wir jetzt machen. Ist die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt richtig und wird auch von uns aufrechterhalten, dass wir an allen zwölf Standorten in Berlin ein Labor betreiben werden. Aber die Entwicklung geht dort natürlich auch weiter und ich würde mal sagen, man wird sich sicher in drei, vier Jahren wieder anschauen und dann kann das Ergebnis auch ein anderes sein. Also ich würde mich dem anschließen. Ich denke, das ist sehr abhängig von der technischen Entwicklung. POCT ist definitiv im Kommen. Insofern wird es eine Differenzierung geben, die einfache Diagnostik vor Ort, vielleicht sogar zu Hause, POCT. Aber die komplexeren Dinge werden sicherlich eben in Laboren sein. Also Deutschland braucht gute Gesundheitsmitarbeiter, da braucht man auch keine Angst zu haben, dass er irgendwie keinen Job mehr hat. Ich kann mich noch sehr erinnern, dass Sie, Frau Nordheim, vorhin in Ihrem Statement gesagt haben, wir möchten als MTAs ausreichend menschlich behandelt werden. Also ich denke schon, dass man diesen Faktor berücksichtigen muss und auch kann. Wir haben eine breite, gute Ausbildung, aber die Ausbildung muss aktualisiert werden. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir für einen Teil unserer Kolleginnen einen Bachelor- oder Masterstudiengang anbieten. Und es ist höchste Zeit, dass wir zu einer Akademisierung des MTA-Berufes kommen im Sinne von Bachelor und Master, weil das, was wir wirklich brauchen, was wir nicht durch Automatik und durch Technik ersetzen können, das ist das, dass die Befundung, das intellektuelle Input sozusagen zu gucken, welcher Parameter, was muss ich nacharbeiten, was ist wirklich eben außerhalb der Norm und wie muss ich damit umgehen? Menschlichkeit hat für mich mit Führung zu tun und mit Managementkompetenz. Und das gilt nicht nur für eine Geschäftsführung, sondern auch für die Ebenen, die drunter sind, bis hin zu den leitenden MTAs. Da wird letztendlich die Menschlichkeit ausgeprägt und das geht in jeder Struktur, ist abhängig von den Personen, die das machen. Und ich würde mal die These auch wagen, dass wir heute in unserer Struktur uns deutlich mehr bemühen, Dinge zu machen mit den Mitarbeitern, von Fortbildung, Weiterbildung, individuelle Karrierepläne, alles Dinge, die die Charité und Vivantes jahrelang nicht gemacht haben. Deswegen gibt es für mich keine Korrelation zwischen Privatisierung, Outsourcing in Richtung weniger Menschlichkeit. Sondern es hängt sehr von den Leuten ab, die das machen und wie sie es machen. Wie sehen Sie die Rolle einer MTA im Berufsalltag, wenn das Labor durch einen privaten Laboranbieter betrieben wird? Bin ich nur Erfüllungsgehilfe und Gerätebediener oder bleibt eine Entscheidungskompetenz vor Ort für mich erhalten? Wir freuen uns, wenn wir bei Krankenhausprojekten MTAs haben, die ein sehr gut geführtes Labor haben, wissen, was in ihrem Labor passiert und die werden von Anfang an mit eingebunden. Es gibt aber auch hier und da leitende MTAs, die bewusst von den Geschäftsführungen, von der wirtschaftlichen Seite des Labors weggehalten werden und dann kann ich nicht mitspielen. Es ist so bei uns im Südwestraum, dass dann ein großes Labor, ein großer Anbieter sich da mehr oder weniger vorschießt und diese Verhandlungen werden alle ohne MTAs und ohne Leitungen gemacht. Und da geht es um Preise und nur um Preise und nichts anderes. Zwei Prozent dieser ganzen Kosten im Krankenhaus sind Laborkosten. Und da geht es eben dann um die billigsten Firmenanbieter und da geht es darum, dass das Personal viel zu teuer ist. Die Tatsache ist, dass es einfach Bieterwettbewerbe gibt und da geht es einfach um Marktanteile und da geht es um Präsenz. Und da muss man sagen, da wird mit sehr harten Bandagen letztendlich gekämpft. Und man muss sich überlegen, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man einfach sagt Krankenhausgeschäft. Also das ist für mich sicherlich nicht das Richtige. Und ich glaube, das gilt für große Anbieter wie Sonic, ebenfalls wie für die Almedis, wo man einfach sagt, also auf dieser Basis bieten wir einfach nicht mit, weil die Konsequenz wäre nicht ausreichende Qualität. Ich kann was zu dem Thema Preiswettbewerb sagen und da, glaube ich, ändert sich der Markt ein Stück weit. Jedenfalls ist das die Wahrnehmung, die bei mir ankommt. Zum einen haben wir eine ganze Reihe Ausschreibungen auf den Tisch gehabt in den letzten Wochen, wo 100 Prozent Bewertungskriterium der Preis war. Wir haben auf keine einzige dieser Ausschreibungen überhaupt nur ein Angebot abgegeben. Das heißt, hier gibt es auch Anbieter, die umdenken und sagen, der Billigste kann es nicht immer sein. Und wenn ein Kunde, ein potenzieller Kunde den Billigsten sucht, dann muss er sich woanders an der Stelle umsehen. Und wenn ich eben feststelle, dass eben in Nordrhein-Westfalen in den Unikliniken es keinen Lehrstuhl für klinische Chemie mehr gibt und auch das UKE wahrscheinlich den Lehrstuhl für klinische Chemie abschafft und viele andere das gleiche Wege tun, dann muss man sich natürlich mal fragen, ob irgendwo in der Labormedizin bezüglich der Werte-Diskussion etwas schiefgegangen ist. Und aus meiner Sicht ist das der Fall. Es gibt einen Diagnostikbereich und es gibt einen Therapiebereich. Und ich glaube, man ist gut beraten, wenn man sich von dem Laboretikett ein wenig in Richtung Diagnostiketikett verlagert und dann aber auch sehr, sehr klar macht und übrigens auch den Patienten klar macht, wie wichtig die Diagnostik eben ist. Ganz nebenbei, die meisten Klinikbetreiber haben das begriffen, denn wenn sie vorne die falsche Entscheidung treffen, sind die Folgekosten enorm hoch. Da muss es eine Verlagerung geben und wir müssen uns fragen, wo schaffen wir Wert und zwar bezogen aus dem Blickpunkt des Patienten. Das wird der Treiber des Gesundheitswesens in den nächsten Dekaden eindeutig sein. Das wird der Treiber des Gesundheitswesens in den nächsten Diensten Dienste 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 D